Musik Zur nächsten 100% Borna Talkrunde erwartet Sebastian Stieler am Mittwoch, dem 30. März, 18 Uhr, Petra Köpping zum Interview. Und Sie können live dabei sein. Die Aufzeichnung beginnt um 18 Uhr im Restaurant Jungmann. Und am Sonntag, 3. April, 16 Uhr, hat Sebastian Stieler die deutsche Baumkönigin, Lil Wendler, zu Gast. Die Aufzeichnung beginnt um 16 Uhr im Hotel Dreirosen in Borna. Wer teilnehmen will, sollte sich anmelden, da die Plätze begrenzt sind.